Will Carl Zeiss die Tabellenführung, muss im Topspiel mindestens ein Unentschieden her. Dass beide Teams aber am liebsten 3 Punkte feiern wollen, zeigen sie von Beginn an. Die 1. gute Chance erspielt sich Jena heute in Schwarz. Kraus findet Hoppe, das hätte die Führung sein können. Hoppe verzieht in der 5. Minute knapp, auch weil Hildebrandt noch mit dem Fuß dran ist. Cottbus macht die Räume eng und Carl Zeiss verliert den Ball. Badu hat eine Menge Platz, bedient Wehling und auch der hat Zeit. 1 zu 0, die Gäste gehen in der 27. Minute in Führung. Jena wie schon im Derby gegen Erfurt 0 zu 1 hinten. Hoppe, Striezel und Halili können es nicht verhindern. Jena bis dato mit mehr Ballbesitz wirkt durch den Rückstand verunsichert. Und so kommt Cottbus zur nächsten Chance. Kujovic findet Hottmann, Kunz verhindert das 0 zu 2. Vor der Pause drängen dann vor allem die Gastgeber auf den Ausgleich, haben gleich mehrere gute Möglichkeiten. Die beste hat Lämmel. Nach der Hereingabe von Kraus. Es bleibt beim 0 zu 1 Rückstand fürs Team von Andreas Patz. Kurz nach Wiederanpfiff wird Pyrotechnik gezündet im Cottbusser Gästeblock. Auch Raketen fliegen auf die Haupttribüne. Das Spiel für knapp 20 Minuten unterbrochen. Dann kann es weitergehen, zunächst aber schleppend. Vor allem Jena spart mit zwingenden Aktionen, profitiert dann von diesem Foul von Eisenhut an Verkamp. Es gibt Elfmeter für Carl Zeiss. Der Didis tritt an. 1 zu 1, Jena schafft den Ausgleich. Und dabei bleibt es. In einem denkwürdigen Spiel sichert sich Carl Zeiss den Punktgewinn und setzt sich so an die Tabellenspitze.